Herzlich willkommen, Freunde, zu einem erneuten Video. Viel Spaß beim Anschauen. Fahrt vorsichtig. Bäh. Ne. Was ist das denn hier? Mit Tequila-Karte haben ist echt scheiße. Alter. Alter, was? Kannst du nicht hier wissen. Hier, du musst auch mal links blinken. Links blinken. Links blinken. Du hast Wagenblinker an. Halt die Fresse, Alter. Hier. Halt die Fresse, ey. Hier, Alter. S***n-Sona. Manche Leute können es einfach nicht lassen. Jetzt fahr. Ja, was fahr? Du musst gucken, Junge. Gucken. Oder Mädchen, besser gesagt. War ein Mädchen am Steuer. Nicht einfach fahren. Ich sehe nichts. Ich fahre? Du bist auf einer Autofahrt. Mann, Mann, Mann. Ja. Climbing up on Southfield. I can't see the sea light. It was blowing dust still. We go through the wild out of the night. It was something to preserve. Laut Claudia wurden bei diesem Unfall drei Personen verletzt. Die Fahrerin des Smarts hatte eine schwere Verletzung am Arm. Sie selbst hatte Unmengen von Blutergüssen und leichte Verbrennungen vom Airbag. Der Unfallverursacher soll sich erst ewige Wochen nach dem schrecklichen Unfall gemeldet haben. Nachdem Claudia ihm mitgeteilt hat, dass sie sehr traurig ist und er ihren damaligen Traumwagen planiert hatte, kam nur eine arrogante Antwort, dass sein Audi ja auch neu gewesen sei. Zum Glück gab es keine Toten, die Beteiligten hatten ohne Zweifel einen Schutzängel an ihrer Seite. Man kennt es, jeder hat es eilig und will schnellstmöglich vorankommen. Ist dieses bescheuerte Überholmanöver jedoch nötig gewesen? Aber die sind ja auch so weit weg. Ja, wie? Achtet mal hier rechts auf die beiden kommenden Fahrzeuge. Diese haben eine rote Ampel und überfahren diese scheinbar bedenkenlos. Soll ich dir echt mal alle Videos zeigen, die ich schon aufgenommen habe. Das ist eine Allbad-Straße, das ist eine Allbadstraße. Das ist eine Allbadstraße, gell? Das ist eine Allbadstraße. Allbadstraße. Hier mal ein klassisches Szenario aus dem alltäglichen Straßenverkehr. Hier sind 4 Liter schon, sind sie hier, ja? Ich habe 4 Euro, wenn sie hier auch hier sind. Auch schön schön. Na, nicht einen Blick nach rechts Mädchen, wa? Ja, wo willst du denn hin? Blinken? jetzt fahren wir auf den bürgersteig weiter yo, was machst du denn von mir? das ist eine durchgezogene linie ich denke, dass ich zu diesem clip nicht viel hinzufügen muss schaut euch den zirkus einfach mal an es hat euch den zirkus erinnert es hat euch gemacht es hat euch schon gemacht Özell Ihr seid ja dreist, ne? Ihr seid ja richtig dreist. Lässt du den mal dazwischen nehmen? Lässt du den wohl mal dazwischen? Schon mal was von Reißverschluss gehört? Das wollte ich aber auch malen. Kacken dreist. Er wollte den garantiert nicht dazwischen lassen. Junge, Alter! Alter! Die Vorfahrtsregeln sind schon sehr schwer, findet ihr nicht? Vielleicht hat er ja auch eine eingebaute Vorfahrt. Ja, heute wieder einer war rot. Ja, ich wusste es, dass da auch einer war rot durchfährt. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank an alle Einsender. Falls auch ihr was einsenden möchtet, schaut gerne in die Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Everybody coeur insulaftments. Und zeg ich nicht mal ins Wrestlese.